Hey Freunde, was geht? Euer Wizard am Start und das wird jetzt nur ein minimal kleines Video. Ich will euch nur sagen, danke für das schöne Jahr 2021. Es war nicht alles gut, aber auch nicht alles schlecht. Also very nice. Ich wünsche euch frohe Weihnachten, frohe Feiertage und einen guten Rutsch ins neue Jahr. Und nächstes Jahr gehen wir dann wieder richtig los mit geilen Content. Ah ja und übrigens, wenn ihr mich so vermisst, dass ihr das nicht aushaltet, dann schaut bei Twitch vorbei. Da gibt es fast täglich einen Stream von mir. Ich experimentiere noch mit den Streamzeiten, aber ich mache es auch so, wie ich Bock habe drauf. Also unten in der Beschreibung steht jetzt immer der Twitch-Link dabei. Am besten gleich mal folgen, dass ihr keinen Stream mehr von mir verpasst. Und jetzt, meine Freunde, gibt es noch einen kleinen Clip. Viel Spaß Leute. Bis zum nächsten Mal. Untertitelung des ZDF, 2020